Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Kreuzberg. Die Immobilie wurde 1968 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 69 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 145.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF, 2020